Naa Das Kakteen ist doch lang, weil... Können aber keine Spinnen... Machen dann schön Damage! Ja, aber ich bin cleaner bei Damage! Und fallen wieder runter. Sehen ein paar Scheiße aus. Samarkt gibt's hier nur Eisen oder... Ich brauche Kohle... Kannst von mir an die Kiste gehen, ich habe über ein Stack... Ich mach's selber... Aber Dank! Gut! Hier... Raphael, du darfst nicht bei mir an die Kiste gehen! Ach ja, Raffi, du kannst die Hausbewohner rausstellen und machst dir dann eine Eisentür und einen Schalter dran, dann können die nicht mehr in dein Haus rein. Äh, was? Die Dorfbewohner, die sterben dich doch! Ach ja! Die musst du nur irgendwie rausbewegen später! Ja, mit Weizen! Öh... Moment... Ja, aber wenn sie durch Lava sterben... Dann auch! Echt? Ja! Okay, das wusste ich nicht! Wollte nur fragen... Das System ist gucken! So, ich werde dann jetzt erst mal anfangen mit dem Projekt! Wie hoch machen wir die Mauer? Erstmal drei! Drei Felder mindestens! Drei... Und dann kommt noch die Reding darüber mit... Ja! Dings und so weiter! Das ist natürlich auch eine Reding! Also, ich meine nicht Reding, sondern der Brüstung da, dass die... Der Brüstung! Ja, ich werde das einfach schon bauen! Ihr wisst das hier! Ja! Aua! Da oben hängt Krolo und dann geht raus! Da liegt am Server Blitz auch nicht... Es liegt wie der Bicht bleibt! Drei Blücke vor mir mal stehen! Also, drei hoch, ne? Ja, hat man doch gesagt! Ja, ich wollte nur noch mal wiederholen, damit ich nicht scheiße bauen! Falschlieb! und dann müssen wir alles darin ausleuchten ja auch und es ist aus ja und ich habe es bleibt und ich sehe es wieder kommt dazu vor als wir luken kommen Eter der Haar die Sessler und dort kann ich dir leider nicht sagen weil er hat das Wasser und das Skelett schießt auf dich das ist total langsam also kommt gar nicht aus was da raus die ganze Zeit das finde ich fair weil es dir passiert du hast irgendwie kein Geschmack für Witze oh mein Gott da ist ein Zombie den du hast den Dorfbewohner nicht töten du Zombie ich könnte schon mal anfangen das ganze Dorf auszuleuchten ich bin gerade im Untergrund und bau Eisen ab und bau jetzt noch ein bisschen Steiner für die Mauer lol noch Lieber hihihi komm schon pass auf mit den Dingern ja ja weil die haben mir gerade geholfen die Ebene einzuebenen oh ja dann pass auf dass du keine Häuser einbebenst nöp nöp hatt ich nicht vor so das war echt schlau was hast du gemacht? ein Skelett du musst die Creeper anhauen und dein Skelett dann töten lassen, dann kriegst du eine Schallplatte außer die Creeper töten sich und das Skelett auf einmal ja, ich bin wieder zuhause okay, ich brauch mehr Stein ähm, von mir kannst du bis jetzt erst 27 Steinen bekommen und ich bin in einer meiner Mine und wieso ist die Kirche hier beschädigt? wer hat hier den... welcher Idiot hat die Kirche beschädigt? das war ein Creeper und ich war es nicht ich aber auch nicht ja, es ist schon wieder irgendwas... bei irgendjemand irgendwas explodiert ja, es war bei mir unten in einer Mine ein Creeper und hier ist noch eine Höhle und hier ist noch eine Höhle fett mir auch mal so auf hey, und ich hab Justus Mine gefunden lol lol ich hab doch einen anderen Eingang wo? neben der Kirche lol wenn das die gleiche Mine ist ach so, äh, nö, ich glaub das ist nicht die gleiche, das ist doch bloß und die... doch, weil da unten ist schon überall ausgeleuchtet, das heißt das war Justus ja, da hab ich hier ein Stück weit ausgeleuchtet, aber nicht zufrieden mhm da hab ich mich in meine Schlucht verpissed ja also... übrigens, jetzt, wenn du irgendwas noch daran findest, dann kannst du es haben, aber ich bezweifle, dass da noch was ist ja, weil du auch... ich wette, du hast aus meinem Minengang hier jetzt auch schon alles rausgeholt, oder? wahrscheinlich... ich war die ganze Zeit in der scheiß Schlucht ey, leck mich! ey, war die ganze Zeit in der Schlucht ach so na, da war wirklich schon jemand und hat ordentlich ausgeleuchtet ne, ich war hier, ich war hier schonmal, oder Justus war hier schonmal äh, ich war noch nicht weiter in der Mine vorgedrungen dann war ich hier schonmal ah, ich seh die Mauer ja, wie gesagt, ich brauch Stein ich hab Stein wow ja, dann gib mir das gleich, warte ich schon gleich hoch ja, aber ich will ein bisschen was davon behalten ich geb die Delft von dem, was ich grad hab, okay ja das ist noch nicht mein Slack, aber trotzdem ich hab auch erst schon 35 Stein gerade ich habe 15 so dann könnt ihr anfangen, Stein zu fahren für die Mauer weil da brauchen wir eine ganze Menge für ich grad noch in der Mine, ich komm gleich raus ich bin auch grad in der Mine und werd jetzt erstmal noch ein bisschen Rohstoffe für mich fahren man, warum gefriert das Wasser? ich war in der Zeit ein bisschen Stein schonmal am besten am besten liegt an der Kirche also vor der Kirche macht die Kiste hin und da packt dann die ganzen Steine rein vor die Kirche so viele Viecher so viele Viecher spornen hier viel mehr als letztes Mal Jo, so's gilt ich hab mit ich hab mit ich hab mit ich hab mit Chase Green als Zombie so gejagt ja, nicht schlecht für dich auch so, da steht jetzt ne Kirche äh, da steht jetzt ne Kiste sooo, Skellt gegen zwei Skelette ohne Schaden zu kriegen oh, warte gegen drei Skelette ohne Schaden zu kriegen hoff ich doch jetzt ein Schuss drüftige Mist ja, jetzt hat mich einer getroffen ich bin so gut gut er würde sich als Karotten ab ok, das war das Signal du musst aufnehmen ok, ein kannst du? äh, Raffi hast du eingestellt dass der nicht nach 30 Sekunden wieder aufhört aufzunehmen hab ich, hab ich ich hab äh Fred Thornton schon getestet 1, 2, 3, jetzt ok 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 ok